Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Rollenspiel-Podcast für Argate. Ich bin der Telan und ich habe heute den durchgeknallten, stinkenden Ariane bei mir. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir haben ja lange auf uns warten lassen. Hatte auch einen bestimmten Grund. Ich war im Urlaub, Ariane war im Urlaub und die anderen waren einfach zu faul. An dieser Stelle sind wir ein Grüße an unser Team. Wir haben sich nicht getraut. Richtig. Ja, die trauen sich nicht. Sind sehr fleißig. Ich will an der Stelle mal kurz loben, aber das gehört jetzt nicht hierher. Die haben Angst vor ihrer eigenen Stimme. Ja. Gut, damit ihr wisst, worum es heute geht, wir möchten heute über eines der wichtigen Themen in der letzten Woche sprechen, die Entlassung bei Tryon. Und dann führen wir euch ein bisschen durch unser Forum und zum Schluss kriegt ihr einen kleinen Ausblick auf die Dinge, die da kommen werden. Gell, Ari? Wie du meinst, wie du meinst. Ich mache die Arbeit ganz alleine, du musst mir schon helfen. Ich muss dir helfen? Ja. Das steht aber nicht im Vertrag. Ja. Hättest du mal das Kleingedruckte gelesen. Was auf Deutsch ist. Hab ich. Ja, Ari, Entlassung bei Tryon, wie siehst du denn die ganze Sache? Also jetzt wurden ja vor kurzem, ich glaube, 70% der Mitarbeiter am Defiance-Projekt entlassen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und der Scott Hartzmann, glaube ich, der hat ja gesagt, dass die Spielentwicklung generell auf Free-to-Play hinläuft. Wie siehst du die ganze Sache? Ja, aber das zeugen doch schon die letzten Jahre, dass die Leute auf Abo nicht mehr wirklich so reagieren, wie sie es früher haben. Gut, jetzt alte Titel, die ich jetzt nicht nennen werde, die immer noch laufen, aber die laufen auch nur, weil es immer noch dieselbe Kundschaft ist, die vor zehn Jahren angefangen hat. Gut, von denen sind ja acht Millionen China-Farmer. Das auch noch dazu, ja. Aber ich habe das auch schon so kaum gesehen, dass das Ganze auf Free-to-Play ausläuft und dass die Spieler in Zukunft dann nur noch für Sachen zahlen werden, die sie auch haben möchten. Ich sehe es ein bisschen gespalten, jetzt weder negativ noch positiv. Es wird einem breiteren Spektrum von Spielern zugänglich werden dadurch, die bis dato gesagt haben, nee, ich möchte keine monatlichen Gebühren zahlen. Bekommst du dann auch öfter Spieler, die du lieber nicht in Spielen hättest. Das ist ja eines der Probleme, weil du hast ja generell immer Zugang zum Spiel, egal ob du jetzt einen Monat zahlst oder nicht, du pausierst dein Spiel und wenn du dann wieder Lust hast, wen zu nerven, dann wachst du dein. Na, der Aufschrei ist ja momentan relativ groß. Also die Kollegen von ArcheAge Online, die haben ja die Diskussion auch und die haben die Diskussion auch im Forum. Dass gerade Rollenspieler jetzt, so wie wir, haben da glaube ich weniger Probleme mit, würde ich jetzt einfach behaupten, weil wir dadurch immer ein Medium haben, auf das wir sofort zugreifen können, ohne es zu bezahlen. Genau. Wenn wir mal irgendwie Plotpausen haben und uns die Muse fehlt und wir eben eine Pause brauchen, müssen wir nicht unser Abo kündigen oder müssen warten, bis es ausgelaufen ist und dann kündigen und dann zwei Monate später wieder erneut einzuzahlen und um wieder spielen zu können. Nein, so hat man immer das Medium und man kann immer einloggen, wenn man gerade Lust hat. Richtig. Sehe ich genauso. Also, letztendlich wird sich dann zeigen, wie die Abo-Modelle laufen. Also China und Russland sind ja sowieso schon von Anfang an Free-to-Play geplant. Das hat man ja auch gesehen in der letzten Zeit. In Korea wird es definitiv, also es redet mir auch keiner aus, wird es auch umgestellt werden. Nein, mir auch nicht. Und dann wäre es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir eine Abo-Modelle kriegen. Aber das Problem an dem ganzen Aufschrei ist, dieser Aufschrei ist doch immer da, bevor das Spiel draußen ist. Es wird immer geschrien, sobald irgendwelche Ankündigungen kommen, die irgendwelchen Leuten nicht passen, wird immer geschrien. Doch wenn das Spiel dann da ist, wird es so angenommen. Und die Leute regen sich auf und spielen es trotzdem. Also, ich weiß nicht, wie ernst ich solche Aussagen nehmen soll. Na gar nicht, letztendlich. Na eben. Die Leute schreien ja immer. Die Leute schreien immer. Es ist egal, was ist. Die Leute schreien immer. Aber du wirst es nie allen Leuten recht machen können. Und das geht auch gar nicht. Kannst du auch überhaupt nicht. Nee. Das kannst du überhaupt nicht. Die einzige Frage, die sich jetzt für mich generell stellt, ist, wie so ein Free-to-Play-Modell aussehen kann. Ja, also, ein Buy-to-Play wäre mir persönlich am liebsten gewesen, so wie Guild Wars 2. Ich hoffe, dass die dahin noch umschwenken. Ich glaube es aber nicht. Also, wer jetzt die Feind gibt. Ich könnte es dir für Europa vorstellen. Ich glaube es nicht. Wenn du... Hast du die Feind gespielt? Ja, aber ich habe es ein bisschen gespielt. Also, ich habe Beta gespielt und ein paar Videos auch angeguckt und bin ganz blöd. Das Problem an die Feinds ist, dass die Feinds einfach, ich weiß, von meiner Warte aus gesehen, Schrott ist. Gut, das ist ein anderes Thema. Ob das jetzt das Spiel gut ist oder nicht. Ja, 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 aber es ist einfach das Problem, dass das Spiel bei den Leuten nicht ankommt. Ja. Weil sonst würden sie es nicht auf Free-to-Play setzen. Sonst hätten sie immer noch ein Buy-to-Play-Modell, wenn sie damit Geld verdient hätten. Weil das Spiel kommt nicht an. Man bekommt es jetzt kostenlos, kann sich wahrscheinlich irgendwelche Sachen über irgendeine Store besorgen und sie hoffen damit jetzt noch Geld rauszuschlagen. Richtig. Bleibt abzuwarten. Aber wenn man jetzt die Feinds, diese Oberfläche kennt, wie das Ganze aufgebaut ist mit dieser In-Game-Währung, mit diesen Münzen, dieser ganze Shop, der da jetzt drumherum entstanden ist, dann siehst du schon auch anhand des Interface, dass das für alle Produkte von Tryer nutzbar ist. Ja, das ist nicht wie bei SV-Thor. Sowas ist immer auf die breite Masse ausgelegt. Genau, genau. Und dass du keine Zeit damit verschwenden musst, sowas nochmal für andere Titel zu programmieren. Und ich denke mal, wenn sie jetzt Arc-Age publishen, das werden sie ja definitiv weiterhin tun. Also diese Entlassung, was ja viele auch glauben, wird auch keine Auswirkung auf Arc-Age haben. Das bezieht sich rein. Direkt auf die Feuerns. Und das ist halt so eine Diskrepanz, auch in der Meinungsquerschnitt, die Leute beziehen das generell auf die Angst, dass Arc-Age nicht mehr rauskommt und das ist völliger Schwachsinn. Die einzige Debatte, die momentan geführt werden sollte, ist, macht's mir denn unter den und den Aspekten Spaß, ja? Oder welche Ideen könnte man Tryon vielleicht auch unterbieten? Das ist ja auch ein Publisher, der generell auf User-Meinung hört. Einziges Problem. Gut, und im Endeffekt? Ja, verzeih mir. Einziges Problem, was ich jetzt momentan sehe, wenn du jetzt einen kleineren Stab hast an Supportern, wird auch diese Aufnahmefreude an Ideen auch nicht mehr so extrem vorhanden sein wie vor kurzem noch bei Rift. Letztendlich. Das stimmt. Aber ob es jetzt wirklich, ob es jetzt einem Spaß macht oder nicht Spaß macht, das wirst du dann sowieso erst sehen, wenn das Produkt da ist. Ja, ich weiß nicht. Wenn dir Fliegen generell keinen Spaß macht, dann ist es egal, mit welchem Flugzeug du fliegst. Das macht dir einfach keinen Spaß. Ja, das nicht. Ja, das nicht. Aber es ist ja noch nicht klar, wie das Ganze ausgelebt wird in Arc Age. Das weiß man ja noch nicht genau. Das hat eine Spekulabsicht. Und deshalb sage ich eben, das ist eine Spekulation. Und spekulieren, wir sind keine Börsenmakler, die Geld in den Himmel schießen. Nicht mehr. Nö. Es ist einfach, also mir ist ja ganz wichtig, die Leute da draußen zu beruhigen, wenn ihr jetzt zuhört. Diese ganze Sache betrifft einfach einen Wandel. Also wir werden generell in den nächsten zwei Jahren nie wieder Abospiele haben. Das ist ein Wandel, der momentan stattfindet, weil die User werden auch jünger. Die User möchten modulare Bezahlmodelle haben, in denen sie sich an die Einheiten anpassen können, die sie auch nutzen, wie zum Beispiel viel zu oft, dann investierst du natürlich auch mehr Geld, weil du dann auch mehr Items wahrscheinlich kaufst. Und als wenig Spieler brauchst du gar kein Geld investieren. Eben. Weil du höchstens den Kaufpreis letztendlich. Und ein zusätzliches Problem für Abo-Modell-Spiele wird noch sein, dass es jetzt in letzter Zeit und auch in nächster Zeit viele qualitativ gute Spiele geben wird, die kein Abo fordern. Und das hattest du früher nicht. Hattest du früher deine Abo-Spiele und hattest irgendwelche Nebenbei-Games, die eh kein Mensch mehr kennt, die Free-to-Play waren. Das haben aber auch immer nur ein kleiner Kreis von Leuten gespielt. Und jetzt hast du aber viele qualitativ gute Spiele, wo du keine Abo-Gebühren zahlen musst. Und irgendein Spiel ist für jeden immer dabei. Das heißt, bevor man dann irgendein Spiel spielt, wo man Abo-Gebühren zahlt, kann man sich eins aussuchen, das einem zusagt und dem es keine Gebühren gibt. Und davon hast du im Moment recht viele. Oder wirst noch viel mehr haben in naher Zukunft. Ja, definitiv. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, dass das früher so war. Ja, also viele der Spieler, die Arcade spielen, die sind, ich würde jetzt sagen, alle Mitte 20, so ein bisschen aufwärts. Ja, es gibt wenig jungen Spieler, würde ich jetzt behaupten. Einfach jetzt so von meiner, was ich jetzt so gesehen habe. Und die kennen halt dieses Free-to-Play-Modell eben nur negativ. Die kennen das, diese qualitativ nicht so hochwertigen Spiele, die Free-to-Play waren, und befürchten jetzt genau diesen selben Wandel. Aber die Qualität der Spiele steigt ja eher. Ja, das Problem, es ist ja so, dass Arcade ja schon veröffentlicht worden ist. Eben. Und die Qualität des Titels ist ja hoch. Eben. Also wieso sollte, wenn der Entwickler Geld damit machen möchte, wieso sollte er die Qualität des Spiels dadurch herumsetzen wollen? Richtig. Das wäre blödsinnig. Weil normal zahlt der Mensch ja auch nur für etwas, was ihm gefällt. So sieht es aus. Und mit dem Free-to-Play-Modell hast du das ja auch. Eben. Du bist nicht gezwungen mit dem Abo-Modell dies und jene Inhalte zu haben, die du überhaupt nicht nutzt. Wenn du jetzt, gehen wir mal jetzt von PvP oder Battlegrounds aus, wenn dich das nicht interessiert, dann musst du das auch nicht machen. Dann musst du das in dem Fall auch nicht kaufen. Oder irgendwelche Zugänge erwerben, die das Leben leicht haben. Die Frage ist ja auch, man weiß ja auch noch nicht, inwiefern sich das dann alles ändert. Was wird begehbar sein, was wird nicht begehbar sein. Im Endeffekt ist vielleicht alles Schall und Rauch und du kannst fast alles machen, hast deine Shops, in denen du noch zusätzlich Dinge erwerben kannst. Na, es wird schon, es wird schon in Richtung der Arbeitskraft gehen. Also da, das gibt es ja jetzt auch. Das denke ich auch, ja. Du kannst ja jetzt momentan in Korea auch Free-to-Play spielen, bist glaube ich bis in Juni rein. Und wenn du Arbeitskraft möchtest, musst du glaube ich per SMS, da lasse ich mich auch gerne mal verbessern, aber ich bin der Meinung, es ist so, dir diese Arbeitskraft-Kekse da kaufen und dann kannst du auch Arbeitskraft generieren. Und das wird bei uns auch ähnlich laufen, weil wenn du ein Modell hast, was Free-to-Play basiert ist und du kannst unendlich viel Arbeitskraft generieren mit einer unendlichen Anzahl an Accounts, dann ist die ganze Wirtschaft kaputt. Das stimmt. Ja, deswegen musst du definitiv ein Free-to-Play-Modell an die Arbeitskraft binden. Anders wird es nicht gehen. Im Endeffekt wird es vielleicht sogar besser für den Spielermarkt. Ja, natürlich. Weil wir wissen ja jetzt, wir kennen ja jetzt die Preise von dem Ganzen nicht, wir wissen ja nicht, wie viel werden diese Kekse, wenn das bei uns so kommen sollte, kosten. Ja. Wenn es danach läuft, kostet es dann vielleicht so viel im Monat, wenn jemand wirklich craften möchte, wie vielleicht ein Abonnement. Zeitgleich hat man auch wieder so einen Nutzen daraus, dass man das macht und die Wirtschaft und die Wirtschaft wird auch wieder dadurch gesteckt, dass sich das nicht jeder, dass das nicht jeder machen wird. Nicht jeder wird sich diese Kekse kaufen. Richtig. Richtig. Ja, letztendlich kommt es da eh nur drauf an. Das heißt dann wieder mehr Nachfrage, weniger, äh, weniger Angebot, mehr Nachfrage. Was für jeden Handwerker doch das Nirvana ist. Das Nirvana? Nee, das ist, äh, das Paradies eher. Das Paradies, äh, kommt dasselbe. Ja, so ähnlich. Bloß die Leute da draußen assoziieren das bestimmt mit dem Ableben, wenn nur Nirvana sagt. Ja, aber das Paradies doch auch, oder? Ja. Ja. Elysium. Es gab noch ein Paradies auf Erden, was nicht mit dem Tod zu tun hatte letztendlich, aber das ist jetzt Theologie. Ja, aber heute hat es was mit dem Tod zu tun. Das Paradies, wenn ich sage, ich lebe im Paradies, bin ich nicht tot. Ja. Wenn ich sage, ich lebe im Nirvana, dann, äh, dann, äh, dann, äh, das ist ja auch. Dann lebe ich entweder in einem Bandposter oder so, oder, ähm, auf einer wunderschönen Insel, ja. Nee, es wird diese Arbeitskrafttränke und die Kekse geben, das siehst du ja auch, die Entwicklung durch dieses, ähm, Arcville, dieses Smartphone-Spiel. Da kannst du ja die Tränke, die du im Spiel über diese Nubians, das ist so eine Währung, die du per SMS kaufst. Für Noobs? Das wäre mal eine, das wäre mal eine Alternative, ne, dass Noobs eine eigene Währung kriegen. Da würden mir glatt zwei Leute einfallen, die stinkreich wären. Ähm. Ich hoffe, ich denke an dieselben. Wahrscheinlich. Jedenfalls ist es ja da auch so, dass du per SMS oder per Telefonrechnung dir diese Nubians kaufen kannst, oder diese, diese Währung. Und, äh, kannst denn die Arbeitskrafttränke kaufen in diesem kleinen Smartphone-Spiel und die kannst du wiederum an deinen Spielcharakter im Spiel schicken. Ja, also schon da ist schon abzusehen, dass es eine gewisse Marktentwicklung geben wird für Arbeitskrafttränke und so weiter. Das gab es ja auch in Korea vor dem Free-to-Play-Modell. Du konntest ja, ähm, bestimmte Sachen da auch schon kaufen. Ja. Ich denke mal, der Aufschrei tendiert eher in die Richtung der koreanischen Spieler, die in Deutschland beheimatet sind, weil die werden jetzt echt Probleme haben, wenn das wirklich Free-to-Play bleibt. Vielleicht zeigt sogar ihr Schulz. Bitte was? Ja, vielleicht sind ja sogar sie schuld. Das glaube ich nicht. Ah, vielleicht sagt XL Games viel zu viele Ausländer, die müssen das jetzt ändern. Die laden uns ja sogar ein. Also wir haben ja jetzt auch von die Wetten-Account gekommen. Ach, ich möchte doch die Leute ärgern. Achso, das stimmt. Ja. Aber letztendlich haben die jetzt Panik, wie sie an die Arbeitskraft kommen. Ne, Fido zum Beispiel, bestes Beispiel. Der wird in Korea weiterspielen, aber ich weiß jetzt nicht, wenn das Free-to-Play umgestellt wird, wie er, wobei der findet bestimmte Möglichkeiten. Vielleicht sucht er sich eine koreanische Brieffreundin. Du, der hat echt guten Kontakt momentan zu den Leuten von Tryon. Also es ist unglaublich, was die ihm alles schon geschickt haben. Ja, die haben richtige Pakete mit, 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 äh... Keine Ahnung. Wo sind unsere Pakete, André? Das hätten unsere werden können. Das hätten unsere werden können. Schauen wir mal. Jedenfalls denke ich mal, dass der Aufschrei primär daherkommt, dass die Leute, die in Korea jetzt spielen wollen und noch da bleiben, denn Angst haben, nicht mehr spielen zu können. Ja, das finde ich auch okay. Spielen kann sie, nur nicht arbeiten. Aber nochmal auf Deutschland zurückzukommen, wird das Ganze Free-to-Play. Sehe ich für den Rollenspieler folgende Möglichkeiten. Jemand, der wirklich nur Rollenspiel betreibt, der muss nicht einen Cent investieren. Der erstellt sich seinen Charakter, der levelt ihn hoch, denn da brauchst du nicht eine Arbeitskraft für. Oder jemand, der nur PvE-Inhalte genießt, der levelt auch hoch, brauchst du auch keine Arbeitskraft für. Oder wenn du einen Event-Charakter brauchst, machst du den Account, erstellst den Level-1-Charakter, oder mit dem kannst du wunderbar Rollenspiel betreiben. Also für einen Rollenspieler sind es eigentlich nur Vorteile. Sehe ich so. Ja, es gibt ja da draußen genug Leute, die das nicht so sehen. Ist ja auch okay. Ich meine, ich kann ja die Angst irgendwo nachvollziehen. Bloß ich teilsinnig. Oder du ja auch nicht. Geht mir genauso. Daher würde ich auch, wenn jetzt ein, zwei Leute... Und ich weiß, dass ich auch was investieren werde, wenn es so weit kommt. Ja, du, mir geht es ja ähnlich. Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Charakter irgendwie einen Vorteil zu verschaffen oder mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, mache ich das auch. Ja, ich bin Hobbyspieler, ich bin Freizeitspieler. Wir beide, wir arbeiten unglaublich viel. Und da haben wir nicht die Zeit oder möchten auch eine Abkürzung nehmen. Finde ich auch okay. Abo-Modell bin ich überhaupt kein Freund mehr von. Ich auch nicht. Also Buy-to-Play, juhu, da würde ich richtig aufspringen. Ich auch. In Guild Wars. Free-to-Play, ja, ein kleiner Seufzer vielleicht dabei, aber sonst... Wenn die das mit der Arbeitskraft und den Accounts hinbekommen, dann bin ich zufrieden. Ganz ehrlich. Und im Endeffekt müssen wir noch sehen, wie sich das Ganze dann wirklich auswirft auf das Spiel bei uns. Richtig. Momentan ist, wie gesagt, alles nur Spekulation, was da wirklich kommt, wissen wir nicht. Richtig. Bist ihr genauso wenig, also... Vielleicht sollte man mit dem Schreien warten, bis ein bisschen mehr Information da ist. Ja, man kann ja ein bisschen seufzen, ne? Ja, seufzen, aber wenn was zum Schreien da ist, dann können wir schreien. Dann schreie ich gerne mit aus voller Kehle, aber... Aber dann auch an die richtige Adresse, ne? Das ist halt... Ja. Das ist immer so eine Frage. Aber im Moment sollte man warten, schauen, was kommt, schauen, wie sich das Ganze entwickelt in der nächsten Zeit. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das bei uns ankommt. Richtig. Aber wenn ihr da draußen, wenn ihr gerade zuhört, eine andere Meinung habt, schreibt's rein. Also wir führen gerade eine heftig Diskussion im Forum. Da sind selbst Teammitglieder sich nicht ganz einig. Aber die haben ja zu meinen, was wir ihnen sagen. Also von daher... Ja, stimmt. Brauchst, brauchst du doch nicht verraten, dass das fingiert ist. Ah, verdammt. Den war das Gleiche mit dir. Ja. Dann wollten wir noch zu einem Thema kommen, da überrasche ich gerade den Ari ein bisschen. Die Arkyum Man Challenge. Die hat ja vor kurzem stattgefunden, aber wir haben es in unserem Podcast noch nicht behandelt. Hatte einige Teilnehmer, hatte auch einige Gewinner. An der Stelle mal Glückwunsch an die Leute, die durchs Ziel gekommen sind. Waren nicht alle. Also es haben es echt nicht alle geschafft. Und unsere liebe... Und haben sie festgesteckt. Ja. Und unsere liebe Pantala ist, glaube ich, relativ weit vorne. Also... Ich glaube 17. Oder so. Siebte? 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 Nee, siebte. Siebte. Keine Ahnung. Also Melancholie hat gewonnen. Die ist von der West Union Trading Company. Der Ruhe von Impact. Zweiter. Varo Loran. Der ist von den Erben der Welten. Die kennt er auch als Moderator bei Arcade Online. Ist dritter. Und dann kommen die Loser von Vibes. Nee, nee. Alles nach eins ist ein Loser. Ja. Alles nach uns. Ja. Das auch. Das kommt noch dazu. Alles nach eins und alles nach uns. Richtig. Wir haben ja Preise zur Verfügung gestellt. Die sind noch in Arbeit für die Leute, die zuhören. Den habe ich auch geschrieben. Diese ganzen 3D-Grafiken brauchen ihre Zeit. Und dann habt ihr auch ein paar schöne Sachen, die euch an die Wand knallen könnt. Oder an die Stirn nageln. Je nach... Oder tätowieren. Ja. Du. Ich habe ein Foto von mir hier auf der Plattform. Könnt ihr euch gerne tätowieren lassen. Kriegt auch meine Zustimmung für. Ja. Nee. An der Stelle nochmals vielen Dank an die ganzen Teilnehmer. Und für die Leute, die nicht wissen, was eine Arquement Challenge ist. Dann geht ihr auf www.archage-rp.de und guckt mal nach. Da findet ihr das Ganze. Ist initiiert auch von... Oder auch. Ist gelogen. Also Fido hat das Ganze initiiert. Arquage Online und wir standen Paten. Und das war so eine Art Marathonlauf durch die Welt von Ark. Mit recht tückischen Punkten, muss ich sagen. Also da gab es auch ein paar PvP-Gilden. Die haben die da aufs Korn genommen. Und könnt ihr auf YouTube mal nachgucken. Es gibt auch ein Video, glaube ich, vom Keks. Ich glaube, Poker-Keks hat es aufgenommen, ne? Ich glaube, Poker-Keks, ja. Ich glaube, Poker-Keks. Also ich bin jetzt nicht mit sicher. Ist kein Rollenspieler. Also nicht fragt, warum der jetzt so einen Namen hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht Poker hat er gern mit Kekse, weil er sich die Chips nicht leisten kann. Wir wissen es nicht. Jedenfalls da könnt ihr mal nachschauen. Jo, was haben wir denn noch Schönes, Ari? Seh mal. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Was haben wir denn Schönes? Wir haben uns ja jetzt als Redaktion sozusagen zusammengeschlossen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal nicht gesagt. Wir gelten jetzt offiziell... Da waren wir auch noch keine. Stimmt, stimmt. Wir gelten jetzt offiziell als Redaktion. Das bedeutet, ihr kriegt die Inhalte aus erster Hand. Beziehungsweise das zweite. Wir kriegen sie ja auch noch von irgendwoher. Und können euch jetzt auf Messen, wenn denn Arch-Age da vorgestellt wird. Begrüßung in den Cian-Schütteln. Richtig. Wir können schon ein paar Tage vorher als die Normalos sozusagen uns das Ganze angucken und darüber berichten. Je nach NDA. Und momentan ist der Ariant drin. Ich bin drin natürlich. Die Redfern und die Pantalei. Der Odi hat uns verlassen. Der hat momentan viel mit dem Studium zu tun. Und dreht noch seine Thief-Let's Plays. Und an der Stelle vielen Dank für deine, ja, akzentfreie Arbeit. Um es mal fies zu sagen. Ist gemein, ne? Aber er weiß, glaube ich, wer es sagt und wie es meine. Und wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr da mitarbeiten möchtet, wir suchen immer noch Redakteure. Könnt da gerne mit ins Boot kommen. Seid euch gewiss, wir haben immer ein paar Vorteile in petto. Also wir wissen immer ein bisschen mehr, als wir preisgeben können, sozusagen. Und wollen. Meistens wollen, ne? Meistens wollen. Und ihr könnt auf unsere Seite, also auf die ARP-Seite gehen. Und unten findet ihr dann die Verlinkung zur Redaktion. Und da gibt es von ein paar von uns auch ein paar Bilder. Dann seht ihr auch mal, mit wem ihr es so zu tun habt. Und, ja, also der Achilleus, oder wie Zangiefi man nennt, da klärt sich denn, woher sein Kosename kommt. Die Mädels sind noch ein bisschen scheu. Die haben halt Angst, dass sie angegraben werden, wahrscheinlich. Ja. Ist ein guter Punkt übrigens, Mädels. Wir werden im nächsten Podcast, der relativ zügig auf euch zukommt, mal über die Frauenquote in den MMOs sprechen. Frauenquote. Ja, über die Erfahrung der Holden-Weiblichkeit. Der Holden-Weiblichkeit in MMOs. Ziege, wir werden dich nicht einladen. Und Saki dich auch nicht. Saki dich auch nicht. Aber die Damen sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, mit uns zu reden, ihre Erfahrung. Mit uns zu teilen. Ja, richtig, richtig. Und denn, wenn die Aufnahmen vorbei sind, dann könnt ihr euch mit dem Arrian verabreden. Ja, das ist so ein kleiner Schmankel. Können sie alle machen. Alle? Alle. Alle Damen, die draußen, dürfen sich bei dir einfinden. Natürlich nur vorher mit Fotoabgleich. Es gibt da bestimmte Vorgaben. Jessica Alba, Jessica Piel. Wenn ihr ungefähr so ausseht, dann habt ihr schon relativ gute Chancen. Bei dir. Du, ich bin verheiratet. Ich darf jetzt nichts sagen, wenn es so nach rechts kommt. Das sind sie. Ne. Hat schon Nudelholz in der Hand. Ja. Das Nudelholz? Das Nudelholz. Ich nicht, aber die Dame rechts neben mir. Avi versteht mal wieder nur Train Station. Ich glaube fast, dass der Blick schlimmer ist, als das Nudelholz. Ne, ne. Ne, glaubst du mir. Das Nudelholz tut richtig weh. Das tut richtig weh. Gut, das jetzt erstmal von uns. Wir wollten jetzt erstmal ein paar Sachen klären für euch, weil das einfach ein aktuelles Thema ist. Und das nächste, der nächste Podcast wird einfach ein bisschen länger, auch mit ein paar Gästen. Wie gesagt, die Rolle Weiblichkeit ist hier zu Gast. Also der Östrogenhaushalt wird etwas in die Höhe schnellen. Mal gucken, ob wir da mit unserem Testosteronverseuchten Stimmen dagegen kommen. Ja, wir haben mal sehen. Ja, du musst natürlich viel reden. Also du hast ja die wesentlich tiefere Stimme als ich. Ich muss viel reden. Du musst unglaublich viel reden, sonst denken sie, dass da drei Frauen sitzen und ein Typ. Weil du so viel brabbelst. Ja, definitiv. Gut, an dieser Stelle sagen wir erstmal vielen Dank. Und wie gesagt, nächster Podcast, Frauencast. Danke, bis zum nächsten Mal. Ich darf nicht. 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 Nein, das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020